... Hast du das ganz oben links auch gemacht? Oh Gott, oh Gott! Was denn? Es ist so dunkel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hier? Ich hab jetzt schon reich! Ich geh da nicht rein! In mir ist das viel schlimmer als das da. Pinky? Hallo. Okay, wir schaffen das. Okay, das müssen wir jetzt zusammen puzzeln, richtig? Anscheinend. 3, 2, 1. Das war einfach. 3, 2, 1. Und dann E drücken. Oh, die Tür geht zu. Oh mein Gott, ich will mal erschrecken! Oh! Hm. Warte auf mich! Hallo? Links oder rechts? Äh... Rechts? Okay. Das scheint irgendwas zu sein. What the fuck?! Oh mein Gott! Okay. Gut, dass du mich gewarnt hast. Aber warte, ich glaub wir müssen einfach jetzt... Oh, ich will noch nicht lang. Ich glaub wir müssen noch lang... Nein, du bist vor. Aber warte, ich glaub wir müssen uns das merken, sonst müssen wir nochmal. Okay. Das heißt, 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Ist das so? Okay. Oh mein Gott. Wirklich zu... Oh mein Gott, da kommt doch! Da kommt nicht was! Da kommt doch gar nichts aufmer Angst zu machen... Oh mein Gott, Maria! Oh mein Gott, Maria! Oh mein Gott! Das ist ein Teddy, wir haben doch nicht geschnitten! Das ist ein Geschwister. Okay, okay. Okay, komm, komm, komm. Ich bin vorbereitet. Oder auch nicht. Oh mein Gott! Maria, ich werde jetzt noch tot sein. Okay. Okay, rot. Also fünf, gell. Ja. Warte, siehst du da durch? Ja, ja. Vier ist fünf. Vier, fünf, sieben. Vier, fünf, sieben. Vier, fünf, sieben, wo ist die Acht? Das Dauer ist um die Ecke. Ist die Acht? Ich glaube nicht. Ah, du hast ja... Ich hab die schon gesehen, deswegen... Doch. Vier, fünf, sieben, acht. Sieben, acht. Ja. Vier, fünf, sieben, acht. Irgendwie magst du das hinter uns, was ist. Das ist Berechtigung zu haben, was hier ist. Was ist denn? Siehst... Oh Mann! Voll! Oh Gott! Guck mal, da ist... Da ist ein weißer Punkt. Siehst du den? Das war ich. Ich kann doch malen. Nee! Das hast du... Da ist ein weißer Punkt. Wo sind ich? Das... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist ein Auge. Das Auge guckt nach links. Heißt das, wir sollen nach links gehen, oder heißt das, wir sollen nach rechts gehen? Hat Traum in dem Auge? Echt? Einer geht links, einer geht rechts. Der, der schreit, hat Pech gehabt, okay? Da geh ich links. Warum gehst du links? Ich will links gehen. Ich will nicht, ich hab so viele... Warte, wir machen Scherdestein... Ah ja, Scherdestein Papier, genau. Äh... Wie denn? Du kannst dich nicht bewegen. Drei... Zwei... Ein... Go. Nein! Ja! Okay. Okay. Links oder rechts? Vertraust du dem Auge wirklich? Du gehst rechts. Vertraust du dem Auge wirklich? Nein, aber... Okay. Okay. Ich ruck auf den Boden, mein Scherz. Oh mein Gott! Holy shit! Willst du rechts oder links gehen? Okay, rechts... Links... Okay. Maria! Ja? Oh mein Gott! Willst du rechts gehen? Also... Da unten ist ein Foto. Oder irgendwas. Was ist das? Ah! Wow. Du bist schlau. Oh mein Gott! Was denn? Fuck off. Hast du es nicht gesehen? Doch, jetzt habe ich es auch gesehen. Du hast mich gewarnt. Jemand hat meinen Freund getötet. Einer sagt die Wahrheit... Drei Lügen. Ah, okay. Das ist easy. B lügt. Der eine... D sagt, dass... D lügt. Was sagt ein B? B sagt, dass D ihn getötet hat. B lügt. D hat getötet. D hat getötet. Das sagt D. Okay. C. Ey, ich habe ihn nicht getötet. Das heißt, C kann man schon mal ausschließen, finde ich, weil... D trifft nichts. Also niemand sagt was gegen ihn. Du sagst, C lügt nicht? Also... Sieh das mal so. Also C sagt, er hat nicht getötet. Und es gibt keinen Anteil, der gegen C was sagt. Aber dann heißt es, dass C nicht lügt, richtig? C lügt nicht, ja. Das heißt, C ist richtig. Das heißt, wir müssen runterspringen, richtig? Ja. Okay, ich vertraue dir mal. Okay, auf geht's. Zusammen, ja? Drei, zwei, eins, Gott. Oh mein Gott. Okay. Da vorne ist was, da vorne, oder? Ja. Oh mein Gott, da vorne ist was. Ich komm ja schon. Das ist ein Fahrstuhl. Ach, Alter. Oh. Hm, ich weiß nicht. Das ist jetzt so dunkel, zu nur zu stehen. Oh. Alles ist super. Oh. Teddy? Alles gut. Da ist was. Wo ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, fuck. Wo denn? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts, wieso haben wir gesagt. Hinter dir! Nein! Hau auf! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Das Einzige, was ich sehe, ist halt, ähm, der Füllchen. Ja, was soll ich sagen? Ja! Ja! Ah! Easy. Mitte! Ich glaube, wir müssen viermal... Mitte war richtig, oder? Ich hab doch gesagt, bitte! Nein! Also, ups! Oh, was ist das für ein Ball? Hä? Kann man nicht einfach so reingucken? Wö? Oh, ups! Noch einmal? Ja, nochmal. Okay. Okay. Also, bis jetzt hatten wir Mitte, Mitte... Ah, alles klar. Was hatten wir bis jetzt? Mitte, Mitte, rechts, oder? Links ist... Ja. Komm! Komm, komm, Teddy, Teddy! Okay, warte, pass auf, wir müssen um die Ecke gucken. Mal gucken. Oh! Achtung! Okay. Okay, go, 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 go! Hier rein! Okay, es kommt, oder? Und los! Ich glaube, wir können einfach mitlaufen, oder? Eigentlich schon, ja. Nee, hier rein! Hier rein! Wo bist du? Hier hinter dir! Hier hinter dir! Da ist ein Weg! Aber ich glaube, wir müssen... Oh, ey, fucking! Lalalala! Und was? Hä? Nichts! Komm! Ich vertraue dir nicht! Du wirst dich, dass ich mich in der Strecke, hm? Oh, du bist so gemein! Du bist so gemein! Ich vertraue dir nicht mehr! Wo willst du denn? Ah! Ah! Hier ist eine Sackgasse! Teddy? Oh! Teddy! Teddy? 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 Oh! Wo müssen wir lang? Bist du denn echt da lang? Ja, hier lang! Ja, wir müssen hier lang! Ah, hä? Ach so! Achtung! Ah, okay! Und jetzt müssen wir da lang, ne? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ah! Oh, shit! Oh, shit! Ah! Oh, shit! Oh, shit! Ich hoffe, ich hab' zu verarschen! Oh, shit! Ja. Was ist jetzt los? Oh, es geht voll. Einfach dem Teddy folgen. Der Teddy weiß, wo es angeht. Hä? Wo bist du hin? Ach da. Oh, nee. Ihhh. Oh, nein. Nicht schon wieder. Maria, mein Gott. Lass du dein Teddy nicht heben, Maria. Oh, nein. Es tut wieder in den Augen weh. Irgendwas stimmt mit meiner VR nicht gerade. Oder die Map ist kaputt. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Ich auch nichts. Was ist Männer? WTF? Ich weiß nicht. Wo? Ah, ist hier was. Oh, schön. Hier ist ein Programm. Hier ist ein Programm. Haben wir die Map geschafft? Ja. Ist es zu laggy? Ja. Jetzt ist es besser. Hier ist ein Portal. Wo ist ein Portal? Oh, da ist ein Portal. Oh, da ist ein Portal. Ja. Ah. Wir drücken jetzt beide Freddy. Okay? Okay. Okay, ich drücke jetzt. Okay. Oh mein Gott. Ja, aber das gefällt mir nicht. Okay, du kannst gerne vorgehen. Das ist nicht nett. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Danke, dass du auch reinkommst. Ich habe Angst, lass die Tür zu. Alles gut. Einfach durchlaufen. Es ist dunkel. Einfach durchlaufen. Es ist dunkel. Wollen wir da jetzt durchgehen. Wollen wir da jetzt durchgehen? Also wir können auch zurückgehen, wenn du magst. Da ist eine Säule. Okay. Also wenn wir verfolgt werden und abhauen müssen, dann wirst du glaube ich jetzt erst sterben. Ja, ich glaube auch. Die werden sich so... Oh mein Gott, nein, das sind Menschen, das sind Menschen, das sind Mönche, Darling. Das sind Mönche. Was tun die Mönche da? Ich bete die Wand an. Oh, die flüstern. Ich höre was. Das ist so ein lautes Flüstern. Oh mein Gott. Okay, schnell. Es ist schlimmer geworden. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird, Darling. Du bist da. Das ist so toll, dass du leuchtest. Oh stimmt. Euch helft ihr ja voll. Einer steht. Was? Oh nein. Nein. Kommst du? Okay. Vielleicht. Vielleicht. Du lebst immer so einen kleinen Schritt nach vorne. Ja, weil ich Angst habe. Und ich bereite mich auf das Rennen vor. Guckt ihr wirklich hinterher. Warum ich jetzt so gucke? Lauf ich in die richtige Richtung? Oh ja. Oh, jetzt stehen sie alle. Oh mein Gott. So lange sie jetzt nicht alle auf uns gucken, ist alles gut. Ähm, ja. Aber sie flüstern immerhin nicht. Aber sie atmen und das gefällt mir nicht. Okay. Ich glaube ich wäre froher wenn ich... Oh wir können hier nicht durch. Warum nicht? Dreh dich um? Nein, nein, nein. Oh sie sind weg, sie sind weg. Oh. Dreh dich wieder um. Oh Gott. Oh Gott. Sagst du das? Ich dreh mich sicher nicht um, wenn du... Oh Gott. Du musst dich umdrehen. Du! Wir müssen da lang, oder? Müssen wir da nicht lang? Oh ja, müssen wir. Siehst du? Wir mussten uns umdrehen. Oh nein. Nein. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Maria, du solltest brennen. Also du bist gerade wirklich über eine Flamme gelaufen. Äh. Hm. Rechts neben dir. Ja, was ist da? Da ist ein... Gang. Oh! Okay. Ich finde das überhaupt nicht gut, was wir hier tun. Ich finde man sollte nicht zu... Oh, da ist ein Typ. Oh, da ist ein Typ. Das ist auf jeden Fall. So ist... Bist du mir schon viel sympathischer aus. Das ist... Das ist gut. Okay. Oh. Ja, ja. Ich will meine Seele nicht verkaufen. Ja, ich auch nicht. Vor allem, was kriegen wir dafür? Also wir kriegen dafür ja nichts. Ich würde meine Seele ja vielleicht verkaufen. Unendlich Erdbeerkuchen. Ja. Aaron, get ready. We hope you enjoy the experience. Have a scary day. Ah. Have a scary day? Okay. Oh. Oh nein. Oh nein. Da steht Krankenhaus. Oh. Okay. Okay. Wir müssen das Handy nehmen. Ja. Okay. Hast du das Handy? Ja, das ist eine Taschenlampe. Okay. Aber bis jetzt ist ja alles noch hell. Okay. Ich hoffe, das hat keinen Akku. Why didn't you listen to me, man? I told you we shouldn't have trespassed this place. Why you gotta be like this? Darin. Ja? Wo bist du hin? Ich bin hinter dir. Okay. 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 Alles gut. Alles gut. Das ist nur ein Stuhl. Noch ein Stück. Es ist ein Stuhl mit Rädern, Maria. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Okay, komm. Du gehst vor. Oh, das ist nicht nett. Ich passe hinter dir auf. Ein Stuhl. Okay. Oh, es ist sehr dunkel. Ich möchte da nicht durchgehen. Ich hör da Geräusche. Ich hör Geräusche. Da schreit jemand. Ich will nicht da sein, wo Leute schreien. Ich versteck mich. Warte, wo bist du? Ach, da. Ich bin im Stuhl. Ich bin froh, dass wir eine Taschenlampe haben. Oh mein Gott. Mann, man kann nicht zurückgehen. Wollen wir hingehen? Ja, wir müssen ja. Ich lauf immer in Wände. Immer. Oh, okay. Okay, wenn es in dich heiligt, dann stirbt es. Okay. Das Licht dafür auch. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Oh mein Gott. 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 Was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich sag das nie wieder. Oh, es ist rot. Da brauchen wir keine Taschenlampe. Okay. Oh mein Gott. Wie hast du sowas? Winkt das gerade? Hat das gerade... Ja, es winkt. Das winkt irgendwie mit dem Fuß. Warte, ich verstehe es nicht. Oh, wer ist das? Hätte ich das nicht tun sollen. Mach das nicht wieder an. Mach das nicht wieder an. Bist du da, Darling? Ich bin da. Alles gut. Ja. Ja. Ich kenne mich auch so. Oh, fuck. Oh nein. Wir haben kein Handy mehr. Okay, einfach durch. Das schaffen wir. Okay. Also ein paar Meter müsste ich eigentlich noch laufen. Hinter uns. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Michelin. Michelin. Hu. Es ist okay, uns passiert nicht so viel. Ich bin bei dir. Okay. Kerze nehmen. Aber ich kann die nicht nehmen. Ich nicht? Wo ist meine Kerze? Ich habe meine Kerze. Was? Hast du eine Kerze oder hast du keine? Ich habe keine, ich laufe einfach geradeaus. Scherz auf die Kerze! Ich habe nämlich auch keine. Ich laufe einfach geradeaus. Okay, guck, ich habe es geschafft. Um zwei. Das war schrecklich. Mrs. Filcher? Are you here? Are you here? It looks like no one has been in the months. Okay. Auf welchem? Ist eine Liste. Oh. Oh. Okay. Die klickst du an und dann drückst du E und dann siehst du, was du machen musst. Das ist unsere Aufgabe. Moment. Ich glaube, sie liegt heute hier. Wo? Hier hinten. Wo bist du? Hilfe! Hilfe! Ich sehe die Hände. Ich habe dich gesehen. Warte, warte. Oh, es wuckelt. Ich drehe mich gerade nur im Kreis und laufe gegen den Weg. Ich bin hier. Nein. Falsch richtig. Wollte ich nach da? Ich wollte, glaube ich, nach da. Nein. Es war richtig. Nein. Oh, wenn du wüsstest, wie schwierig das für mich ist. Leckt es sehr? Man könnte sagen, ein bisschen. Okay. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Mhm. Okay. Moment. Ich bin sofort bei dir. Oh, die sieht gruselig aus. Okay. Du hast eine gute Nacht, Miss Veltcher. Wie machen wir das? Erholen? Wo ist ein Lichtschalter? Hinter dir. Das ist eine Tür da. Da neben der Tür hier oben. Okay, das Licht ist aus. Ich habe ein bisschen Angst. Haben wir eine Zeit lang heute? Ich glaube nicht, oder? Moment. Oh, das gefällt mir gar nicht. Hast du es ausgemacht? Okay, dann komm. Wieder raus? Mhm. Hast du draufgeklickt? Hier? Das gefällt mir. Und dann müssen wir wieder hoch zu ihr und checken, ob es ihr gut geht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird sie voll böse. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hm-hm. Was? Wie geht's gut? Okay. Nein, ich habe die Tür wie jetzt nicht. Du musst aufpassen, dass du nicht von der Tür in die Ecke gedrückt wirst. Also, ich kann mich gerade im Moment nicht bewegen. Ja, weil du hinter der Tür stehst. Oh. Hast du mal auf den Text gehört? Boogieman, don't let him come too close to me. Sag das nicht. Wir müssen zum Badezimmer schnell gehen. Und du siehst hier das Bett. Oh. Moment. Ich bin gerade in dem Umzugskanton. Ja, hier drinnen müssen wir gleich reinlaufen, um zum Bett zu gehen. Also, merke dir einfach hier gleich links rein. Ich werde es mir merken. Okay. Die Frage ist nur, ob ich es steuerungstechnisch reinschaffe. Gehe ich aber zum Bett, ja? Da habe ich gerade was im Fenster gesehen. Oh mein Gott. Ich zwar nicht, aber es ist okay. Ich muss es auch nicht. Da war was im Fenster. Oh mein Gott. Was habe ich da gerade gesagt? Oh. Moment, ich muss noch runterfinden. Ich bin schon hingegangen. Ja, du darfst reingegangen. Oh nein. Wir müssen gleich mit einer Kerze rumlaufen. Oh nein. Okay, komm. Auf unserer Lüfte steht ja nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer ist das? Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht weiter. Wahrscheinlich zu ihr hoch. Gucken, ob es ihr gut geht. Warte, warte, geh nicht weg, geh nicht weg. Bitte bleib, bleib. Okay, okay. Ich habe so Angst. Ich bin auf der Treppe und warte auf dich gerade. Okay, danke. Es ist rot und es ist schon... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe sie angezündet. Oh, da ist was im Fenster wieder. Ich bin so erschrocken. Da steht an der Tür, dass der Schlüssel ist oben. Okay. Ich habe Angst. Oh nein, nein, nein. Ich sehe ihn. Bitte nicht, komm nicht zu mir. Bitte, 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 bitte nicht. Die Kerze ist aus. Ich weiß nicht. Wo ist der Schlüssel? Da. Nein. Oh, ja. Da? Ist hier. Einfach hier draufklicken. Hilfe. Was, 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 was? Wo bist du überhaupt? Hier. Oh, da ist eine Frau. Ich muss mich kurz muten. Sekunde. Okay, alles gut. Ich warte dann so lange in dieser Horror-Map auf dich. Bis gleich. Bis gleich. Es wäre sehr schön, wenn das funktionieren würde. Oh mein Gott, ich bin wieder erschrocken. Hallo, hallo. Bin wieder hier. Entschuldige. Ciao. Okay, ich warte auf dich hier drin. Warum? Warte. Müssen wir nach oben? Bist du hier? Oh mein Gott, wofür hast du mich erschrocken? Du bist bei mir einfach nur eine schwarze Silhouette. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Müssen wir die aufmachen? Kann man die überhaupt aufmachen? Ähm. Ich glaube, wir müssen den richtigen Schrank finden. Deine Augen leuchten im Dunkeln. Das ist auch wirklich unheimlich. Ich glaube, das ist auch der Falsche. Ich weiß es nicht. Ich gehe auch mal kurz rein. Okay, ja, das ist der Falsche. Hilfe. Ich versuche. Okay. Ich bin hier. Ich habe das Gefühl, es könnte der richtig sein, so wie du das machst. Ich warte hier auf dich. Wenn du mich findest, dann... Sieht man schon beim Aufmachen, wer der richtige ist? Oh mein Gott. Also sie haben sich ja wirklich überhaupt keine Mühe gegeben. Ja, ich rede gerade nur böse Sachen, damit ich keine Angst habe. Ich glaube, du hast den richtigen Schrank gefunden. Ja. Da steht, wir sollen sie töten. Womit denn bitte? Das ist... Das ist smart, dass die wirklich geändert haben. Okay, komm. Wir töten sie jetzt. Okay. Mit dieser Kerr... Okay, never mind. Wir können sie nicht aufheben. Das heißt, wir töten sie mit... Was? Womit? Okay, wieso müssen wir sie töten? Sie ist doch voll nett. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt böse. Warum gehst du so nah an sie ran? Ja, ich will sie doch töten. Müsst du sie wirklich töten? Sie ist doch voll nett. Sie hat sich gerade bedankt. Und dann gehen wir sie töten. Oh, schön. Wir mussten sie wirklich nicht töten. Du wolltest sie töten. Nein, aber ich dachte, wir müssen sie töten. Oh, Mount Everest. Zum Glück habe ich sie nicht getötet. Das ist ja voll fies von der Liste. Ich bin noch nicht besonders weit gekommen, weil es bei mir geleckt hat. Ah, okay. Du bist vor mir. Ich sehe dich. Nein, ich drehe... Oh mein Gott, mein PC ist wirklich überfordert. Nein, das liegt in der Map. Das ist vor allem nicht deine Schuld. Das ist, weil die Map so viel zieht. Ich glaube, man könnte es nicht zeigen. Ich glaube, das ist zu laggy hier, ne? Ja. Soll ich jetzt noch nicht exiten? Alles gut, doch kannst du... Ich hätte es auch einfach streamen können. Aber dann hätte es halt nicht mitspielen können. Kannst du mein Spiel sehen? Ja, kann ich. Ist das sehr laggy oder geht's? Bewegst du dich denn? Ah! Ja, jetzt... Nein, es geht. Es geht. Mein PC beruhigt sich schon wieder. Ja. Oh, es tut mir leid, dass ich nicht mehr an deiner Seite laufen kann. Aber ich bin ja eh die meiste Zeit gegen Wände oder rückwärts gelaufen. Man kann hier nicht springen. Und man kommt hier auch nicht weiter. Oh. Ist das schön. Ist das ein Hubschrauber? Die wollen, dass ich weg... Zurück hier. Ja. Ich glaube, du müsstest gerade runterspringen. Sicher? Ich kann mich nicht bewegen. Oder auch nicht. Vielleicht musst du... Hupf. Hupf. Okay, jetzt. Ne, gut. Boxt er gerade einfach den Hubschrauber? Ja. Hätt sich in den Luft auf. Nein, nein, nicht auf mich. Ich bin doch nicht hupf. Okay. Alles ist gut. Hallo? Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe keine Taschenlampe. Oh nein, ich habe was. Ich werde da nicht reingehen. Oh Gott. Toffee, ich habe eins. Wie war's das? Ich hätte dich hier sowas von verloren. Ja, ich weiß. Ich habe das geschafft. Was jetzt? Das ist toll. Jetzt weiß nämlich das Ding im Wald, wo du... Sag das nicht. Jetzt pissen die ganzen Einhörner, die, ähm, mit Erdnusspuster-Sandwiches auf dem Weg sind, wo du bist. Ich bin ganz so erschrocken. Hallo? Ja, ich verstehe es. Ich verstehe, dass du dich erschrocken hast. Ähm. Ich, ähm... Geh einfach weg. Okay. 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 Ich bin hier. Okay. Okay. Ich vertrau euch. Okay. Ihr endet ganz bestimmt nicht wie der letzte Hubschrauber. Nee, nee. Okay, ich bin sicher. Hm, ich bin doch sicher, oder? Ich bin sicher. Ich? Ja, du bist sicher. Du bist total sicher. Okay. Ich sitze drin. Ah. Oh, nein, 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 nein. Aber irgendwann wird es mein PC vielleicht auch schaffen, dass wir den... So fies. Ja, ich bin hier, ich bin hier dann. Das erinnert mich total an Until Dawn. So wendig, und da gibt es auch Teile, wo du in so Höhlen rumkriegst. Ja, ich finde das eindeutig schlimmer als alles andere, außer dass das gemacht werden. Vielleicht auch weil ich alleine bin. Alles gut. Alles gut. Ich wollte dich wirklich nicht alleine lassen. Ich bin immerhin emotional als Verstärkung hier. Hm. 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 Nein. Ich glaube, du kannst es aufmachen, aber ich glaube, du solltest wirklich alles andere tun. Aber, ich mein… Was ist, wenn ich jetzt einfach weitergehe? Ich weiß nicht einmal ob du das kannst, aber ich würde irgendwie. Ich versuch's, ich versuch's. Ich versuch's. Ich meine, es gibt ja einen Weg. In mir hab ich mit Leid mit denen. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es geht! Ich schwitze! Ja, ich schwitze auch. Vor allem hab ich mich in eine Decke eingerollt, die viel zu warm ist. Okay. Ich bin froh, dass du das mit der Dings nicht aufgetan hast. Also ich hab jetzt das Gefühl, die Klappe da, dass du die nicht geöffnet hast. Ach so, ja. Ich hab das Gefühl, das wäre eine blöde Idee gewesen. Muss ich jetzt runterspringen? Oh oh. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab deine Cam. Oh nononononono. Ja, ich kann das nicht. Hey, 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 hey. Hey, stell dir einfach vor, es wird, ähm... Ich hoffe, hier brauchst du keine Batterien. Siehst du das da? Oh. Was? Da ist nur ein Batterien-Ding. Ja, aber... Aber vielleicht ist das nur aufgemalt? Wir schaffen das, Darling, wir schaffen das. Wo muss ich lang? Okay, ich geh einfach. Das kann schon passieren. Ich geh einfach gerade aus. Und dann musst du Dinge filmen. Versteckte Dinge. Mhm. Ich hab das Gefühl, du könntest in das Gebäude rein. Mhm. Mhm. Es steht direkt vor dir. Mhm. 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 Hallo? Da... Irgendwie ist die Karte echt schlecht. Ja, die ist wirklich schlecht. Wo ich hin soll? No, 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 end. Das ist... Ein Haufen. Oh, die Tür ist auch am Offen. War vorher nicht offen. War die vorhin... Oh ja. Ja, die war vorhin nicht offen. War die vorhin... Oh mein Gott. Kamera zuerst. Äh... Ah! Kamera zuerst bringt nichts. Da leuchtet was. Oh! 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 Das ist so cool! Oh! Oh! Ich will mich nicht umdrehen! Hey! Hey! Es ist in Ordnung! Es ist in Ordnung! Sie ist ja tot! Sie ist tot! Sie ist tot! Sie ist tot! Sie steht hinter mir! Sie ist tot! Sie ist tot! Sie ist tot! Sie kann da nicht stehen! Sie kann da nicht stehen! Oh! Guck! Da steht noch jemand! Alles ist in Ordnung! Oh mein Gott! Wo kommt denn der Eichhensacke her? Die Welt ist grün! Grün ist die Farbe des Glücks! Ich bin wieder da! 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 Du kannst aufhören und schlafen gehen! Du kannst aufhören und schlafen gehen! Und dann spielen wir es sonst irgendwann nochmal zu Ende! Aber dann müssen wir das ja nochmal spielen! Oh! Da steht was! Mein Name ist Alicia! No one liked me, but you so... Ich heiß nicht Sebastian! Ich bin deins! Ich bin so schnell, dass ich erstmal die Kamera drehe und dann mich selbst! Das ist wirklich schlau, muss ich zugeben! Ich komm nicht weiter! Siehst du, so schlau wär ich nicht! Ah! Ich heiße mein Leben! Das ist gut! Das ist gut! Das ist wirklich schlau! Sagt er! Sie drehte sich einfach um! Ich hör was! Nein! Warte, jetzt ganz langsam wieder umdrehen! Ganz langsam! Okay, ganz langsam! Okay! Aber das machst du wirklich gut! Mhm! Ich guck jetzt so viele Hau! Nein! Nein! Du guckst zu wenige! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Das gefällt mir nicht! Da ist eine Raupe sehr, sehr fest dagegen gelaufen! Und Raupen sind niedlich, oder? Ich mein, Raupen haben manchmal lustige Muster, lustige Farben! Manche sind sogar flauschig! Und wer mag keine flauschigen kleinen Hirn? Die steht da! Ha! Kannst mich nicht erschrecken! Oh! Die wollte mich nicht verstecken! Aha! Toll! Steht da jetzt nochmal was irgendwo? Ich glaube an deine Flauschlein! Hier ist nur ein großer leerer Raum! Und das ist immer gut! Oh, schön, okay. Moment, falsche Richtung. Moment mal, hä? Da war vorher noch ein Gang. Vielleicht auch nicht, vielleicht ehren wir uns. Ich bin schlecht in eure Regierung. Okay, die Gegend hat sich irgendwie verändert. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich laufe einfach gegen die Wand. Ja, lauf mal gegen die Wand. Gegen die Wand, aber laufen bringt schon mal nichts. Du bist ja eigentlich wirklich überraschend. Oh, hier, ah! Oh, oh! Alicia, where there is... Das ist ihr Name? Ja. Wo kommt die Tür her? Oh, da ist ein neues Bild. Toll, toll. Super. Einfach auf den Boden und gegen Wände gucken, dann passiert nichts. Oh, ich muss links und rechts ran. Ah. Ja, rechts geht schon mal nicht. Ja. Schön in die Kamera gucken. Also auf den Bildschirm. Hey, alles ist gut, es ist nur ein Gang, es ist nur ein Gang. Ich bin leicht. Alles okay. Es ist ein Raum. Gut, wir haben einen Raum gefunden. Es ist ein Raum wie jeder. Oh, Gott. Oh, man sieht's ein bisschen. Ja. Und zitterst du wirklich so, ich fühl mich so... Ein bisschen. Aber vielleicht auch, weil ich halt meinen Arm so ausstrecke. Alles ist gut. Alles ist gut. Hier steht keine. Nein. Steht das an der Tafel? Nee. Okay, jetzt wahrscheinlich, wenn ich mich umdrehe. Vorsichtig. Ja, vorsichtig umdrehen. Das ist gemein. Das ist so gut. Aber auch gut, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das... Ja, ich... Also dadurch, dass man halt erwartet, dass... Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du wirklich nicht? Oh, ich muss... Oh, was? Hey, 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 alles ist gut. Alles gut. Alles gut. Oh, ich kann mich auch nicht lachen. Das will ich noch nicht lachen. Achtung, Achtung, Achtung. Vielleicht jetzt beim Gang, wo du vor... Hier könnte auch was sein. Das ist interessant, ja. Hallo? Okay. Okay. Ganz ruhig. Du hast deine Kamera. Oh. Want to play hide and seek? I will count to ten. Wo soll ich mich denn verstecken? Ich will mich nicht hier verstecken. Da ist jemand. Oh, sie zählt, sie zählt, sie zählt, sie zählt, sie zählt. Einfach mal rennen. Ich kann da nicht lachen. Ich muss an ihr vorbei. Och, nee. Okay, es ist heller geworden. Ja, das ist schön. Hier gefällt's mir, ich renne mit euch. Oh. Will ich mich nicht umdrehen? Hallo? Ah, du musst. Hallo? Alles gut. Muss ich jemand machen? Muss ich tanzen? Nee. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist Attack on Titan. Oh, das ist brutal. Vermischt mit... Mit... Mit The Grudge. Ist das vorbei? Hab ich's geschafft? Dann hat jemand gesagt, wie viele Secrets du... Außerdem, wo ist deine Kamera hin? Ich weiß es nicht. Oh, das erinnert mich an Saw. Einfach mal kacheln und so. Wir mögen Saw, darling. Wir mögen Saw. Power? Wer singt da? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ich komme da. Aber du hast deine Kamera nicht mehr. Es ist okay, es ist okay. Muss ich da durch und muss ich warten, dass sie herkommt. Also ich denke, es kommt aufs gleiche raus. Wenn man irgendwie... Ah, da ist es so dunkel. Okay. La 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 la. Ich komme nicht da rein. Okay. Oh. Oh. Sie sucht mich jetzt wahrscheinlich hin. Ich muss bestimmt abhauen, richtig? Oh, da ist sie. Okay. Oh, was. Okay. Okay. Die Kamera. Das ist nicht nett. Ich fühl mich nicht. Ich fühl mich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oder die Batterie ist so für einen Monat ausgelegt. Äh, okay. Immerhin nicht so ein creepy Lachen wie vorhin im Haus. Das war ein... Ich kann nicht nach vorne. Ich glaube, ich muss mich umdrehen. Mich kannst du nicht erschrecken. Oh, oh, oh. Ich habe dich zuerst gesehen. Oh mein Gott, okay. Was war das jetzt? Ich weiß nicht. Oh, es ist laut. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so dann ist dieser Kahn. Ich fühle mich, dass die Schule doch schlimmer als das andere. Kannst du dich abhauen? Ich weiß es nicht. Kannst du denn? Weiß ich nicht. Oh. Bei mir. Oder steht was? Ne, doch nicht. Oh, ja, das ist nur eine dreckige Wand. Ich kann durch. Oh, oh. Das ist zu dunkel. Äh, zur Stelle. Ja. Dann gehe ich einfach in die Gericht. Siehst du? Also so langsam müsste ich die Map durchhaben, oder? Ja, ich dachte... Komm schon. Raum 5. Ich habe es geschafft. Erstmal hinlegen. Welches fandest du bis jetzt am schlimmsten? Also Level 2 fand ich halt sch... Fand ich... Moment, was war Level 1? Also... Okay, Level 1 fand ich nicht schlimm. Stimmt, Krankenhaus. Das fand ich... Ja. Das mit dem Haus war schon gruselig. Das war gruselig, ja? Ich finde das mit der Höhle richtig schlimm. Das war richtig schlimm für mich. Ja. Ja, das war wirklich schlimm. Und das mit der Schule auch. Ja, vor allem da hattest du das mit der Kamp. Ja, das schon. So toll. Ja, das war richtig schlimm. Vielen Dank.